Na alle zusammen, hier ist wieder Deutsche Land und bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountgut präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, welches wir am 19. Geburtstag von World of Warcraft erhalten können. Und zwar haben wir hier dieses schicke Deathwing Mount, beziehungsweise ein Recolor davon. Das schimpft sich einmal azurblauer Weltenkühler. Und dieses gibt es hier in Tanaris im Geburtstagsevent zu erspielen. Dort haben wir nämlich den Verdammniswandler und wenn wir den umhauen, gibt es zu einer hundertprozentigen Chance, so wie es aktuell zumindest aussieht, einmal das Mount. Wo befinden wir uns? Wir sind einmal in Tanaris und dann direkt hier vor der Höhlen der Zeit. Da kennen wir ja schon, dass wir dementsprechend diesen World Boss haben, neben vielen anderen, die quasi hier am Start sind. Das Event läuft vom 16. November bis einschließlich 17. Dezember, also ihr habt drei Wochen Zeit. Und wenn ihr ihn tötet, also ich hatte es zumindest so bei zwei Chars Instantes Mount drin. Es gibt noch ein anderes Mount von ihm auch, wo ich schon ein Video gemacht habe, und zwar der Verdammnisweike der Elidari. Den müsste es zumindest noch geben. Letztes Jahr war er noch drin. Ich hatte ihn jetzt beim Killen nicht drin, aber da ich ihn schon besitze, denke ich mal, kann er schlichtweg nicht droppen. Bei dem war es am Anfang so, dass er eine niedrige Drop Chance hat. Dann haben viele den Gefarmten mich eingeschlossen und später hat Blizzard den auch auf 100% gesetzt. Dann bin ich jetzt ganz froh, dass der hier anscheinend jetzt gleich zu 100% droppt. Nicht, dass das wieder so ein Debakel wird, dass einige Leute einen Haufen Zeit rein investieren und dann später quasi alle den beim First Try quasi bekommen. Übrigens, ich habe gesagt, das hier ist ein Recolor. Da gibt es nämlich noch eine andere Farbversion. Und zwar Welten... Da haben wir es. Obsidian Weltenbrecher. Das ist die Version in Rot. Die gab es, glaube ich, beim 15. Geburtstag. Lass mich nicht lügen. Irgendwie so. Aber ich meine, die kannst du aktuell zumindest nicht mehr kriegen. Aber zumindest die blaue Version. Und die sieht relativ nice auch aus, muss ich sagen. Zusätzlich gibt es natürlich auch einen schönen Buff, wenn ihr in euren Briefkasten schaut. Da kriegt ihr dann 19% mehr LP. Ist, denke ich mal, nicht so verkehrt, wenn ihr euch noch ein paar Ruf Tokens aufgehoben habt. Denn, so wie es aktuell aussieht, bringen die Ruf Tokens auch bei der neuen Fraktion was. Und wir kriegen natürlich noch ein zusätzliches Pad, passend zum Mount. Und da haben wir kleine Frostschwinge. Das sind soweit die Sachen, die ich euch zeigen konnte. Hat mich gefällt, dass er dabei war. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit eurem Mount. Und im 19. Geburtstag von World of Warcraft. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tjela. Bis dahin. Ciao.